Heute will ich einen kleinen Rückblick machen und zwar war vor zwei Wochen Arvid Mainzer bei uns zu Besuch. Arvid ist heute Marktgärtner, ist studierter Önologe und hat unter anderem sich mit Dr. Alain Ingham beschäftigt und mit dem Bodennahrungsnetz. Und er kann vor allem eines, und das hat er uns angeboten, uns das zu zeigen, mikroskopieren. Und er kam auf mich zu, weil er mitbekommen hat, wie ich über das Thema Boden und Pflanzengesundheit gesprochen habe. Und hat gesagt, okay, hör zu, ich glaube, wir können uns super gut ergänzen. Dann haben wir gesagt, okay, kommt doch vorbei, wir machen ein Treffen bei uns. Am Samstag können wir zwei uns unterhalten und austauschen und auch in unseren Weinberg schauen. Und am Sonntag kommt dann die Probiotikergruppe hier zusammen und wir sprechen über unser gemeinsames Thema und schauen mal durchs Mikroskop. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind in Weinberg raus, haben unterschiedlichste Spatenproben genommen. Ja, genau, sowas wollte ich sehen. Schön feinkrümelige Struktur, Regenwürmer und die Organik wird Stück für Stück eingebaut. Dunkle Farbe, Regenwurmkot, überall. Guter Weg. Und haben auch eine Bodenprobe mitgenommen, haben die dann am nächsten Tag unter das Mikroskop gelegt. Und ja, es war total spannend zu sehen, dass wir auf unserem Betrieb schon auf einem Weg sind, aber noch nicht an einem Ziel sind, dass aber Humus immer ein Prozess ist. Und nicht nur ein Ziel, dass ich reinschmeiße und dann ist es da. Und daraus resultieren jetzt einfach unterschiedlichste Ansätze für dieses Jahr. Auf der einen Seite habe ich jetzt einen Kompost nach Alain Ingham angesetzt. Der brütet auch schon kräftig. Ich habe schon Heuwasser angesetzt. Der ist es auch schon am Blubbern. Also ich experimentiere jetzt auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite mit unterschiedlichen Komposten. Einmal das System nach Dr. Alain Ingham. Und einmal noch mit einem reinen Holzhackschnitzelkompost, den ich einfach wie im Wald das passieren würde, angesetzt habe. Und habe den geimpft mit dem Mykorrhiza-Paket von Glückspilze.at. Die haben ein Paket mit ganz toller Vielfalt an Mykorrhiza-Pilzen und Bakterien. Also da erhoffe ich mir davon. Das werden wir mikroskopieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und unter dem Mikroskop haben wir gesehen, wir haben schon Pilzhüfen vorhanden. Aber wir haben noch nicht die Menge im Boden. Also wir müssen da auf jeden Fall noch aufbauen. Und was bei uns fehlt, ist so diese Zwischenstufe Nematode und Protozon. Also wir haben Bakterien auf der einen Seite und wir haben Pilze auf der anderen Seite. Aber uns fehlen so diese Bakterienvertilger, eben Protozon und Nematoden. Und um die beiden aufzubauen, machen wir eben diesen heute. Ja, ich habe mir ein Mikroskop gekauft. Ich bin jetzt auch fleißig an Mikroskopieren. Ich habe schon in den heute mal reingeschaut. Ich kann euch da leider noch keine Bilder zeigen, weil ich mit Apple arbeite und die Software für das Mikroskop aktuell leider wohl nur für Windows existiert. Und ich habe es noch nicht geschafft, die Mikroskopkamera an Start zu kriegen. Aber das wäre der nächste Punkt, dass man euch das auch mal noch zeigen kann. Wenn ihr noch Ideen dazu habt, wenn ihr mir sagen könntet, ob es diese Software für Mikroskope, das ist ein MP6-Mikroskop mit einer sehr hohen Auflösung, wo man Software oder Free Software dafür findet, um damit am Apple zu arbeiten, da wäre ich euch sehr dankbar. Schreibt das bitte unten in die Kommentare. Und ansonsten halte ich euch einfach auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht. Vielen Dank, dass ihr euch für das interessiert, was wir hier tun. Wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft unseren Wein. Vor allem, vielleicht fördert ihr uns und kauft eine Flasche vom Extrem. Den findet ihr auch unten in unserer Videobeschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.